Jo, was geht ab Leute, heute wieder mit einem kleinen Case übrigens, heute wieder mit der Gamma Case und wir versuchen unser Glück mal und probieren was rauszuziehen, gucken, äh, elf Stück machen wir auf und versuchen einfach unser Glück, ja, und machen wir auf, ich hoffe, ob das hier unten, oh, da war die beste Nürnberg, nein, okay, wir fangen mit der SG153 an, das ist natürlich nicht gut, nehmen wir die letzte, Pöppel, immerhin Pöppel, uh, uh, okay, weiter geht's, weiter geht's, erste Kiste mit, erste Case mit, letzte Kiste, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, na, passiert, kann man nichts machen, weil er jetzt kommen 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 oder das ist auch so wie normaler skin was denn da zu kack what the fuck kommt die drei mit einem normalen skin gezogen fliegt so schön ist vorbei und kriegen technik ist nur noch ich meine zweites endlich mal ja mann let's fucking go okay geil alter mein zweites mal was das minimale gebraucht wurden breitbrot breitbrot jawohl mal gucken was das wert ist geil alter herr glaube ich nicht ich glaube es einfach nicht 100 takten 111 euro mit zum verkauft ja wohl so muss das sein oder zwei kisten drei kisten ich muss noch ein ding kaufen komm noch mal das wärs der trick nova letzte vorletzte kiste oder so ja 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 autorisieren und versuchen unser glück versuchen unser glück komm letzte case letzte case und naja ist auch egal wir haben immerhin neid gezogen jawohl 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 also das war's von meiner Seite wenn ihr noch mehr sehen wollt dann abonniert kommentiert liked und wir sehen uns beim nächsten Mal heute rein